In den letzten drei Shows haben wir unsere Talente schon ausgesucht, jetzt seid aber ihr dran. Am 25. März ist die Live-Show von Stadt, Land, Talente. Und da seid ihr an der Reihe. Ihr wählt, ihr ist ein Gewinner oder eine Gewinnerin. Es gibt eine geile Sache. Hoffentlich sind ihr dabei, die hier sind sicher.